Die Ausstellung zeigt Leben und Werk des Zeichners, Grafikers und Radierers Horst Janssen, der in Hamburg geboren und in Oldenburg aufgewachsen war. Grundstock der Sammlung sind rund 1800 Blätter aus Hamburg, die für 1,5 Millionen Mark von der Oldenburger Klaus-Hüppe-Stiftung erworben und dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurden. Janssen, Ehrenbürger Oldenburgs, starb am 31. August 1995.